Hallo und herzlich willkommen zu meinem Corona-Erklärvideo für Kinder. Bestimmt habt ihr in letzter Zeit ganz viel über das Coronavirus gehört und vermutlich verbringt ihr wegen des Virus gerade ganz viel Zeit zu Hause. Vielleicht fragt ihr euch ja, was ist überhaupt ein Virus? Und was ist das Coronavirus? Dieses Video soll euch einen Einblick geben, was ein Virus eigentlich ist, was es macht und was das besondere am Coronavirus ist. Viren sind ganz klein. Das Coronavirus ist in etwa tausendmal kleiner als ein Haar dick ist. Kann man sich kaum vorstellen, oder? Deswegen können wir sie mit unserem bloßen Auge nicht erkennen. Man braucht ganz spezielle Mikroskope, um sie sehen zu können. Durch diese Mikroskope sieht man auf den Coronaviren kleine Widerhaken auf ihrer Oberfläche, welche aussehen wie eine Krone oder wie ein Kranz. Deswegen heißen sie Coronaviren. Corona ist das lateinische Wort für Krone oder Kranz. Nun zu Viren im Allgemeinen. Viren sind wie gesagt ganz klein und bestehen eigentlich nur aus Genmaterial und einer Hülle. Weil sie sonst nichts haben, zum Beispiel keinen eigenen Energiestoffwechsel, kein Herz, kein Darm, keine Muskeln und kein Gehirn, brauchen sie eine sogenannte Wirtszelle, um überleben zu können und um sich vermehren zu können. Ohne eine Wirtszelle können sie eine Weile überleben, aber sind im Prinzip nicht handlungsfähig. So eine Wirtszelle für ein Virus kann zum Beispiel eine menschliche Zelle sein. Das Coronavirus mag besonders gerne die Zellen des menschlichen Atemtraktes, also den Rachen, die Luftröhre und die Lunge. Dort setzt es sich mit den kleinen Widerhaken auf der Oberfläche fest und kann sich dann sogar in die menschlichen Zellen einschleusen lassen. Dort nutzt es dann die kleinen Organe der menschlichen Zellen, um sich zu vermehren. Schlau, nicht? Für die menschlichen Zellen sind diese Viren aber leider schädlich. Deswegen gehen sie teilweise kaputt. Um die Viren und die kaputten Zellen wieder nach draußen zu transportieren, bildet der Körper Schleim. Und diesen Schleim husten wir dann ab. Bei anderen Viren, zum Beispiel Schnupfenviren, die sich in der Nase festsetzen, läuft eine Nase und ist ganz verstopft. Aber der menschliche Körper hat, also neben der Schleimbildung, weitere schlaue Strategien, um gegen solche Eindringlinge vorzugehen. Er hat eine eigene Armee, ganz wie die kleine Superwoman und Superman, das Immunsystem, welches die Viren bekämpft. Mit unterschiedlichen Immunzellen kämpft der Körper mit ganz vielen unterschiedlichen Tricks, die die Superheldinnen und Superhelden auf Lager haben gegen den Eindringling. Zusätzlich fährt er noch die Körpertemperatur hoch. Bestimmt kennst du das und hattest schon mal selber Fieber. Da wird einem ganz kalt und dann wird einem ganz warm und man fühlt sich schrecklich schlapp. Das ist für dich total unangenehm, aber das Gute daran ist, dass einige Zellen deines Immunsystems, also die Superheldinnen und Superhelden, bei einer höheren Temperatur besser arbeiten können und du also schneller gesund wirst. Also nicht nur das Virus hat schlaue Strategien, sondern auch dein Körper. Aber was ist jetzt das Besondere am Coronavirus und warum reden alle darüber? Das Besondere am Coronavirus ist, dass es sehr ansteckend ist und dass es bisher keine Therapie, also keine Behandlung und keine Impfung gibt, um effektiv gegen das Virus vorzugehen. Sich anzustecken bedeutet, dass das Virus von einem Menschen auf den anderen weitergegeben wird. Das passiert beim Coronavirus vor allem über Husten. Hat jemand, der sich infiziert hat, Husten, so steckt er andere Menschen über klitzekleine Tröpfchen, die bei jedem Mal Husten ausgestoßen werden, an. Deswegen ist es besonders wichtig, beim Husten den Arm vor das Gesicht zu halten, damit andere Menschen nicht angesteckt werden. Blöderweise scheinen auch teilweise schon Menschen ansteckend zu sein, die noch gar kein Husten haben und sich noch gar nicht krank fühlen. Sie stecken andere Menschen über ganz feine Spuckepatike beim Sprechen mit dem Coronavirus an. Deswegen ist es teilweise schwierig, sich zu schützen und am hilfreichsten, einfach so wenig Kontakt wie möglich mit anderen Menschen zu haben. Erschwerend kommt noch hinzu, dass die Viren zum Beispiel auch auf deiner Hand überleben können, wenn du in sie hustest. Das können viele Viren. Wenn du dann jemandem die Hand gibst, überträgst du die Viren in dessen Hand. Wenn der andere sich dann mit der Hand im Gesicht und besonders an den Schleimhäuten, also am Mund, der Nase und den Augen herumspielt, dann wird das Virus auf eine weitere Person übertragen. Im Alltag fassen wir uns ständig, ohne es zu merken, ins Gesicht. Versuche mal, zehn Minuten lang nicht mit der Hand dein Gesicht zu berühren. So steckt jeder Infizierte im Durchschnitt zwei bis drei weitere Menschen an. Wenn alle weiter zur Schule und zur Arbeit gehen würden, wo wir uns jeden Tag mit etlichen Leuten unterhalten und miteinander spielen, würde sich das Virus ganz schnell ausbreiten. Bei den meisten Leuten, und das sind die guten Nachrichten vor allem bei Kindern, verläuft eine Infektion mit dem Virus in der Regel ganz mild. Viele Kinder haben nur einen leichten Husten und fühlen sich ein bisschen schlapp. Ältere Leute, also zum Beispiel deine Großeltern oder Menschen, die noch andere Krankheiten haben, kann eine Ansteckung mit dem Coronavirus aber ganz schön umhauen. Sie müssen manchmal sogar ins Krankenhaus und teilweise sogar auf die Intensivstation. Und weil sich das Virus so schnell ausbreitet, ist es wichtig, die Ausbreitung zu verlangsamen, um diejenigen zu schützen, bei denen die Infektion mit dem Virus einen schweren Verlauf nehmen könnte. Was können wir also tun? Um die Ausbreitung zu verlangsamen, müssen wir alle gut zusammenarbeiten. Du hilfst schon mit, wenn du nicht in die Schule gehst. Selten war Gutes tun so einfach, oder? Vielleicht arbeiten auch deine Eltern schon von zu Hause. Außerdem hilfst du, indem du, und jetzt wird es schwieriger, möglichst wenige Leute triffst, also am besten komplett zu Hause bleibst. Wenn du mal das Haus verlässt, also wenn du zum Beispiel mal mit deinen Eltern einkaufen gehst, ist es besonders wichtig, dass du darauf achtest, einen möglichst großen Abstand zu anderen Leuten zu halten, am besten zwei Meter, dass du so wenig wie möglich anfasst und dass du dir, sobald du zu Hause bist, ganz ordentlich und mit Seife die Hände wäschst. Wenn wir uns alle an diese Regeln halten, helfen wir alle zusammen dabei, dass sich das Virus langsamer ausbreitet und die Krankenhäuser, Krankenschwestern und Pfleger und die Ärztinnen und Ärzte nicht überlastet werden und gefährdete Menschen so gut versorgt werden können wie nur möglich. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über eure Likes und würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video mit euren Freunden teilt. Falls ihr Fragen zu dem Thema habt, könnt ihr diese gerne in den Kommentaren stellen. Tschüss!